Erfahren Sie die Besonderheit eines Holzbootes. Jedes Boot ist durch die Holzmaserung einmalig und schön. Wir liefern fertige Holzkajaks und Bausätze für Kanus. Außerdem veranstalten wir Workshops, bei denen Sie unter Anleitung Ihr eigenes Holzkajak bauen. Des Weiteren bieten wir Ihnen geführte Paddeltouren an. Besuchen Sie uns auf traumkanu.de und finden Sie dort alle benötigten Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020